Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick für die kommende Woche. Diese Woche relativ viel passiert. Wir hatten eine sehr, sehr volatile Woche, natürlich auch mit den VPI-Daten, die im Endeffekt nicht den Erwartungen entsprochen hatten. Wir haben den Krieg im Nahen Osten, der sich immer weiter aufpirscht, wo im Endeffekt Israel eine Initiative jetzt gegen Palästina und sowas startet. Also wir haben nächste Woche eine sehr, sehr spannende Woche, sehr wahrscheinlich vor uns und natürlich auch news-technisch. Wir hatten einen extrem starken Goldpreis, der am Freitag exorbitant nach oben hingepumpt ist. Gut für unsere Long, aber hat das möglicherweise auch Auswirkungen auf die anderen Indizes und möglicherweise auf Krypto. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr immer gleich eine Benachrichtigung kriegt und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Alles unten in der Videobeschreibung und weiterhin gibt es die Aktionen bei BingX. Wenn ihr euch neu registriert bei BingX, habt ihr die Chance, bis nächste Woche Freitag ein exklusives Merch-Paket bei denen zu gewinnen. Also auch da gerne unten den Link nutzen. So, und damit genug Werbung gemacht. Wir fangen wie immer an mit dem DXY, der sich wirklich genauso eins zu eins verhalten hat, wie wir es letzte Woche im Marktausblick besprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, wir haben hier dieses Ascending, Broadening Wedge, was natürlich grundsätzlich ein bearishes Pattern ist. Aber wir haben auch dazu gesagt, es würde vieles dazu sprechen, dass wir diese Woche ein schönes Fake-Out kriegen. Genau in unserer Support-Box, hier unten in diese 4-Stunden-Demand-Zone, haben hier im Endeffekt den Support bekommen. Und als die VPI-Daten dann rauskamen, genau da kam im Endeffekt dieser Impuls und hat sich dann mit Freitag fortgesetzt, dass wir hier im Endeffekt weiterhin unseren Abtrend halten. Natürlich, man muss sagen, 4-Stunden-Chart hatten wir ein tieferes Tief. Jetzt blicken wir aber mal ganz kurz noch in den Daily-Time-Film, wie sieht es dort aus. Auch hier muss man schon sagen, okay, tieferes Tief schon gebildet. Wenn wir unser smartes FIP-Level dazuziehen, was ich mir jetzt erstmal hier vorbereiten muss, also von unserem Top zu unserem Tief, sehen wir auch, okay, wir sind jetzt genau am Golden Pocket. Also hier wird es sich jetzt entscheiden, die nächsten 1-2 Tage kriegen wir einen starken Dollar. Das würde natürlich mit diesem Nahost-Konflikt dann möglicherweise wirklich dazu führen, dass viele Leute wieder in den Dollar flüchten und möglicherweise Gold, dass wir hier unser Breakout aus dem Golden Pocket kriegen, sollten wir hier oben. Und danach sieht es zumindest nach derzeitigen Stand aus, weil wir hier genau rejected worden sind. Rejected werden, gehe ich ganz stark davon aus, okay, wir haben ein tieferes Hoch gebildet und damit zum ersten Mal Abwärtspotenzial wirklich wieder bis 104 US-Dollar hier unten in Richtung zu kriegen. Also spannende Woche, was denn die XY anbelangt. Das hat natürlich dann auch wiederum Auswirkungen, wenn wir mal auf den Euro gegenüber dem US-Dollar starten. Hier sehen wir eine komplette Seitwärtsphase, natürlich durch den starken US-Dollar, aber auch hier müssen wir sagen, Ziel wurde abgearbeitet. Wir haben unsere Reaktion hier oben, die Liquidität abgegrast. Wir haben kein höheres Hoch wirklich bekommen. Also auch über diesem WIG haben wir nicht geschlossen, wir haben genau an diesem WIG geschlossen und dann ging es tiefer. Auch hier müssen wir jetzt abwarten, was macht der DXY. Kriegen wir die Rejection beim DXY rein, sieht das Ganze ganz gut aus. Dann haben wir auch hier ein bisschen Erholungspotenzial. Etwas negativ, was hier ein bisschen vorbelastet ist beim Euro, muss man schon sagen, wir haben unter dem Golden Pocket geschlossen. Also wir sehen hier minimale Abweichungen zwischen dem Dollar und dem Euro gegenüber dem US-Dollar. Da müssen wir dann wirklich mal ganz genau schauen. Aber grundsätzlich halte ich es für möglich, dass wir vielleicht noch minimal abverkauft werden. Hier runter in den Bereich der 100 auf 1,047 Euro, dass wir hier vielleicht noch die Liquidität tanken. Und von hier aus dann versuchen wirklich eine Trendwende nach oben hin zu starten. Das würde aber meiner Meinung nach nur passieren, wenn sich das Ganze im Nahen Osten nicht noch weiter, ja, ein bisschen weiter aufschaut, beziehungsweise noch extremer wird, dann gehe ich überhaupt nicht davon aus, weil dann flüchten mehr Leute in den Dollar anstatt in den Euro, muss man natürlich auch dazu sagen, weil dann wieder natürlich Ölpreis könnte steigen, mehr Krise und sowas, EU jetzt auch nicht gerade momentan sehr, sehr stark. Also das ist für mich nicht das Primärszenario. Ich gehe eher davon aus, dass der Dollar weiter pumpt und der Euro weiter abfällt. Aber das muss man dann gucken, ob wir dann gegebenenfalls hier nochmal irgendwie eine Short-Position uns zurechtlegen. Ansonsten haben die Level letzte Woche sehr, sehr gut gehalten. Diese Woche bin ich da deutlich, deutlich vorsichtiger, was richtige Prognosen anbelangt, zumindest was den Forex-Markt anbelangt. Gehen wir mal rüber zu den Stockmärkten. Wie sieht es dort aus derzeit? Wir fangen an mit dem S&P 500. Hier im Endeffekt das Ziel knapp verfehlt. Also ihr seht hier oben, hier haben wir letzte Woche über die Short-Position gesprochen. SPX am Freitag dann aufgrund eben News-Entscheidung etc. Und natürlich auch am Donnerstag durch die VPI-Daten rot gewesen. Ziel leicht verfehlt. Ziel waren die 4.400-Punkte-Marke. Wir sind bis auf knapp 4.386 Punkte hochgekommen. Das heißt, Short wurde hier nicht getriggert. Wir sind hier momentan in keiner Position drin. Für mich trotzdem weiterhin das Primärszenario, wenn wir uns einen 4-Stunden-Chart angucken, dass wir zumindest hoffen können, und dafür ziehen wir uns auch mal ganz kurz das FIP-Level, von unserem Tief zu unserem Hoch, dass wir sagen, okay, vielleicht wird der Montag nochmal ein bisschen rot werden, möglicherweise, dass wir hier runtergehen Richtung 4.280 Punkte circa maximal. Also wirklich maximal Richtung 4.270. Hier das Golden Pocket testen und dann nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Das heißt, Long ist möglich hier in diesem Bereich, gehe aber weiterhin deutlich mehr Risiko dann auf jeden Fall hier oben in den Short. Sollten wir zuerst hier hochgehen und den Short triggern, dann werde ich auf jeden Fall den Short nehmen und dann hoffen, dass wir diesen Abverkauf in Richtung 4.280 Punkte kriegen, um dann wieder ein bisschen Hedge in den Long reinzugehen. Das ist so der Plan für den SPX. Mehr würde ich jetzt gar nicht mal machen, was Prognosen anbelangt. Wir haben dieses Gap hier oben, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wir haben das Golden Pocket hier oben liegen, von dem ganzen Abverkauf, sage ich mal, und das sind die Ziellevel, die es diese Woche erstmal im Blick zu halten gibt. Gehen wir rüber zum Nasdaq, wie sieht es dort aus? Hier im Endeffekt, der Long läuft weiterhin, also Long ist weiterhin drin, mittlerweile alle drei Take Profits genommen. Erst einmal Short, ja, was muss man dazu sagen, also unser Short läuft noch, der wurde noch nicht mit einem Stop-Loss ausgelöst, ich habe ihn verdoppelt, das heißt, wir sind auch jetzt hier erstmal in beiden Positionen drin. Das sind Positionen, da müsst ihr mal zwei, drei Wochen zurückgehen, da haben wir die schon länger geöffnet. Ich gehe auch hier jetzt erstmal davon aus und auch hier ziehen wir uns jetzt natürlich erstmal das FIP-Level von unserem letzten Tief bis zu unserem Hoch, dass wir hier nochmal das Golden Pocket erreichen könnten. Das wäre dann nochmal so die Möglichkeit für unseren Long, den möglicherweise nochmal zu verdoppeln und dann nochmal die Chance zu sehen, okay, wir versuchen hier das Golden Pocket mitzunehmen und dann nochmal ein höheres Hoch. Das Golden Pocket, was ihr unten seht bei den 14.900, wäre dann noch der erste Take Profit für euren verdoppelten Short, also den würde ich ganz klar dann hier unten reinnehmen und dann natürlich auch, wie gesagt, die Long-Position verdoppeln. Ansonsten, wie gesagt, liquiditätsmäßig liegt hier zwischen Golden Pocket und 0786 eigentlich die meiste Liquidität. Wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz, die es zu füllen gäbe und von hier ist auch im Endeffekt der Impuls gestartet. Mehr gibt es hier momentan nicht zu sagen, also man sieht, wir haben so unser Pulver diese Woche schon ziemlich verschossen, meiner Meinung nach, was die guten Setups anbelangt. Diese Woche liegt es einfach daran, kriegen wir gute News oder verschärft sich die ganze Situation und dadurch natürlich auch noch auf den Dollar zu gucken. Also ich tue mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, diese Woche ein bisschen schwer. Vielleicht, weil mich auch diese ganze Newslage ein bisschen beeinflusst, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, achtet ihr da ein bisschen viel draus, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare oder sagt ihr, juckt mich alles gar nicht, traden ist traden und sowas. Wie gesagt, ich tue mir die Woche ein bisschen schwer. Ansonsten, Short-technisch gibt es hier eigentlich nichts mehr, wo ich jetzt noch sagen würde, okay, das müssen wir unbedingt holen. Die blaue Linie hier oben, wie gesagt, haben wir perfekt abgeholt. Und ansonsten, wie gesagt, Liquidität liegt am Golden Pocket, liegt am 0,786er. Und da müssen wir gucken, reicht dieser positive Impuls? Das würde dann auch bedeuten, wir kriegen ein höheres Tief wieder rein. Das heißt, die Aufwärtsbewegung ist intakt, reicht dieser Impuls dann aus, um einerseits dieses Hoch hier oben nochmal rauszunehmen, bei den 15.270 Punkten, wo wir auch sehen, wir haben dieses signifikante Hoch hier oben nicht wieder rausgenommen. Wir haben genau darunter geschlossen. Das heißt, auch hier wird Golden Pocket und 0,786er darüber entscheiden, hält unser Support und schaffen wir es mit genügend Liquidität hier oben möglicherweise diesen Zielbereich bei 15.700 Punkten zu erreichen. Gehen wir rüber zum Dow Jones. Hier muss man sagen, auch hier Ziel komplett erst einmal erreicht. Das haben wir uns die Woche darüber vorgestellt, dass hier oben im Endeffekt das Ziellevel ist. Dann hatten wir die Inflationsdaten, die rauskamen. Dann ging es erstmal deutlich nach unten, beziehungsweise sieht hier dramatisch aus. Also es ist aber 400 Punkte, ging es nach unten. Wir haben die Liquidität hier unten knapp verfehlt in diesem Bereich. Also der Support wurde noch nicht getestet. Das heißt, wir haben hier noch einmal die Chance, möglicherweise, auch hier ziehen wir uns ganz kurz mal das FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Hoch, dass wir hier zumindest nochmal das 0,5er antesten. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist jetzt gefährlich, ich würde hier nicht nochmal versuchen, hier irgendwie in einen Login reinzugehen. Wir haben hier schon einen Login offen. Muss man wirklich vorsichtig sein, weil, und jetzt kommt eben das große Aber. Wir haben hier oben die 4-Stunden-Supply-Zone, die wurde getestet, also hier, das ist die Supply-Zone, die wurde getestet. Ich mache mal die große Box weg. Getestet, Liquidität rausgezogen und es ging sofort wieder nach unten. Kein gutes Zeichen, Doppeltop im Endeffekt. Also da müssen wir ganz, ganz genau jetzt aufpassen, wie im Endeffekt der Markt reagiert. Positiv zu schätzen, wir haben dieses Hoch hier erstmal rausgenommen. Also auch hier sind wir komplett in einer 50-50-Situation, wo ich mir wirklich schwer tue. Short für mich, ganz klar, sollten wir hier nochmal hochgehen. Und das ist eigentlich so momentan die Hoffnung. Wir gehen hier runter Richtung 0,5er, Richtung Golden Pocket und versuchen dann im Endeffekt hier nochmal das Golden Pocket anzulaufen. Das ist für mich oben die Short-Zone. Wir haben hier eine schöne Supply-Zone, die hier oben auch noch schön überschneidet mit eben diesem Golden Pocket. Würde sehr, sehr gut passen. Das heißt, wir kriegen nochmal einen leichten Abverkauf, vielleicht zu Wochenbeginn und kriegen dann im Endeffekt den Turnaround in Richtung 34.300 Punkte. Das ist so momentan jetzt erstmal so der Hauptplan von mir. Würde auch bedeuten, wir haben kein tieferes Tief, wir haben weiterhin ein höheres Tief gebildet. Das heißt, die Aufwärtsstruktur hier könnte uns noch einmal ein bisschen den Arsch retten. Gehen wir jetzt mal ganz kurz zu den News rüber. Was steht da an, Montag bis Mittwoch? Sehr, sehr wenig. Was, ja, sag ich mal, Zahlen anbelangt, Donnerstag dann. Zinsentscheid der EZB könnte interessant werden. Wir haben Bruttoinlandsprodukt. Auch hier wird es nochmal interessant zu sehen, was sich da tut. Und ansonsten haben wir eine sehr, sehr ruhige Woche. Das heißt, eigentlich nur der Donnerstag im Blick. Montag bis Mittwoch ist nichts los. Montag bis Mittwoch kommt es wirklich darauf an, was passiert im Nahen Osten, was kommt für News etc. pp. Und da habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, dass Gold einen extremen Move gemacht hat. Also wir müssen uns mal gucken, innerhalb jetzt knapp einer Woche, wir haben ja mit diesem Gap geschlossen, ging es hier 6,6% nach oben. Das ist geil für unsere Long-Position, muss man fairerweise sagen. Also auch hier, ich habe jetzt Take Profit 2 genommen, alles schön und gut. Aber es deutet halt, es macht ein bisschen, ja, angry muss ich jetzt mal gerade so ein bisschen sagen. Also es macht ein bisschen Angst, warum wir so einen Move innerhalb einer Woche sehen. Natürlich haben wir diesen Nahostkonflikt. Viel ist aber, was Iran, Saudi-Arabien etc., alles was da drüben in dem Osten noch ist, ist nicht wirklich viel passiert. Und das letzte Mal solche Bewegungen hatten wir eben beim Ukraine-Krieg. Also da muss man jetzt schon extrem aufpassen, wie man sich hier positioniert. Ich würde momentan noch keinen Short gehen, wenn wir uns mal so ein bisschen die Vergangenheit angucken. Ukraine-Krieg war 20, warte, jetzt muss ich gucken, 2021 muss es hier gewesen sein. Also hier dieser Move, kann man es schon ein bisschen gleichsetzen. Also wir sehen, die Leute flüchten wieder hier ein bisschen mehr in Gold rein. Ich würde hier keinen Short momentan machen. Unser Long läuft, Take Profit 2 war eine schöne Swing-Position, also den haben wir wirklich perfekt abgeholt. Gut, nächstes Ziel jetzt erst einmal und dafür müssen wir uns das FIP-Level mal ein bisschen anders ziehen. Wir nehmen das übergeordnete mal ganz kurz raus und ziehen uns im Endeffekt von unserem High bis zu unserem Tief, das FIP-Level. Dann seht ihr, okay, erster kleinerer Widerstand wäre hier das 0,5er. Das würde hier bei 1.946 reinkommen. Das größere hier oben bei 1.988 US-Dollar. Aber diese Bewegung hier, wir haben sogar die Daily Supply Zone auf Daily Sicht komplett auseinandergenommen, muss man jetzt wirklich vor sich sein. Ich würde hier nicht reinschorten, gegebenenfalls können wir drüber überlegen. Und das ist jetzt der zweite Punkt, auf was ich bei Gold noch hinaus wollte, wenn wir das FIP vom jetzigen Ding mal ziehen, dass wir eventuell hier am 0,5er, das heißt hier bei 1.871, gehe ich ganz ehrlich nicht davon aus, dass wir das diese Woche sehen. Außer es kommt absolute Beruhigung in den Markt rein. Aber sollte es so kommen, können wir überlegen, nachdem wir echt einen geilen Entry hier unten erwischt haben, dass wir sagen, wir verdoppeln beim 0,5er oder beim Golden Pocket und versuchen dann den Move in Richtung Golden Pocket nach oben hin, das übergeordnete von unserem All-Time-High mitzunehmen. Das ist der einzige Plan, ich würde hier nichts reinschorten, würde ich nicht empfehlen, wir wissen nicht, was passiert die letzten Tage. Wir haben mit einem riesen Gap, und das war ja auch so ein Ding, wir haben mit einem riesen Gap am Montag eröffnet, das wurde nicht gefüllt, wo jeder gesagt hat, okay, ich habe auch einen kleinen Short probiert, ist schiefgegangen. Aber auf dieses Gap würde ich momentan nicht schielen. Sollte sich das alles beruhigen, können wir gerne Short gehen, danach sieht es aber momentan nicht aus. Gehen wir rüber zum DAX, wie sieht es dort aus? Hier im Endeffekt Golden Pocket verloren, kleines Gap, was wir hier noch haben, könnte noch gefüllt werden. Ja, DAX für mich immer noch so ein kleines Unding, ich weiß nicht, wie wir den im Endeffekt zuordnen sollen, auch hier wurde das Ziel erreicht, wir haben kein höheres Hoch gebildet. Das heißt, prinzipiell sind wir noch in einer abwärtsgerichteten Struktur, es tut sich zu wenig hier, um irgendwie nochmal was zu machen. Wir haben einen Long eröffnet, alles schön und gut, zwei Take-Profits genommen. Eventuell, das müssen wir jetzt mal gucken, wir ziehen uns auch mal hier ganz kurz das FIP von unserem Tief zu unserem High. Wie gesagt, Golden Pocket sind wir jetzt hier direkt, würde ich mir erhoffen, dass wir vielleicht hier nochmal den Long verdoppeln in dem Bereich zwischen, ich sage jetzt mal Golden Pocket, also 15.163 bis knapp 15.088. Das ist so die Position, wo ich sagen würde, okay, wir hätten dann das Gap gefüllt, was wir hier am, jetzt muss ich mal gucken, am Dienstag geöffnet haben und dann könnte man hier die Liquidität aufsammeln und dann versuchen, nochmal ein höheres Hoch reinzukriegen. Aber an sich tut sich hier momentan zu wenig, den Short, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich verpasst erst einmal, bin ich nicht reingegangen. Aber wie gesagt, es könnte nochmal im Endeffekt die Chance kommen, dass wir hier entweder einen Short oder sogar nochmal einen Long verdoppeln können. Aber ansonsten tut sich beim DAX auch sehr, sehr wenig, wie gesagt, die Newslage nächste Woche auch in Europa, bis auf den EZB-Zinsentscheid, sehr, sehr mager. So, und dann gehen wir noch rüber zum Bitcoin-Chart, wie sieht es dort aus in den kleineren Timeframes, wir haben Wochenende, brauche ich sehr, sehr wenig darauf eingehen. Ich habe es in der Telegram-Gruppe schon mal dazu gesagt, wo haben wir es hier, dass ich erstmal davon ausgehe, dass die Bewegungen weiter dünn bleiben übers Wochenende. Ziel war ganz klar hier erstmal die Marke von 27.400 US-Dollar. Aber wir haben, man muss dazu sagen, natürlich ist die ganze Sache mit der SEC, dass sie kein Gerichtsverfahren mehr dagegen macht, gegen Grayscale. Oder den Grayscale Bitcoin-Trust, das heißt aber nicht, dass er sofort genehmigt wird. Also zu viel überhaupt dürfen wir da auch noch nicht reinstecken, trotzdem positive Entscheidung. Warten wir mal ab, 27.400 ist das Ziel, sollte das nächste Woche eskalieren, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir hier zwischen 26.200 und 25.200 US-Dollar irgendwo bei Bitcoin möglicherweise landen, außer es sollte wirklich noch nächste Woche irgendein ETF zugelassen werden. Ansonsten Liquidität liegt genug bei 27.1 und eben hier dieses kleine Gap, was wir hier oben noch haben, bei 27.4. Hier, im Daily Chart, wie sieht es dort aus? Wenig Veränderungen im Endeffekt, nachdem wir hier zu, ja, wir hatten kaum Bewegung eigentlich diese Woche. Es ist eine ziemliche Seitwärtsphase, nachdem es da nochmal runterging, also tut sich hier auch sehr, sehr wenig. Gehen wir noch auf den Weekly Chart, brauchen wir hier uns auf irgendwas einstellen, was wichtig wäre. Sieht nicht so aus, wichtig wäre im Endeffekt oder was wichtig war. Dafür mache ich mal ganz kurz das Fibbleble weg, damit ihr das vielleicht auch ein bisschen besser seht. Die Linie machen wir auch mal weg. Und zwar, wenn wir uns das angucken, das machen wir auch mal weg. So, auf Weekly Sicht hatten wir einen perfekten Retest unserer Weekly Demand Zone. Also hier, wenn ich die mal einzeichne, perfekter Retest, den wir hier hatten und es kam eine leichte Gegenreaktion. Und das sollte auch meiner Meinung nach so bleiben, sollten wir Weekly unter 26.200 US-Dollar schließen, gehe ich heute nicht mehr davon aus. Wäre das absolut bearish, sollten wir so im Endeffekt jetzt uns halten können, sieht die ganze Sache gar nicht so bescheiden aus. Also momentan alles noch im Klaren, Daily, Weekly, alles nicht bearish meiner Meinung nach momentan. Liquidität liegt ein bisschen weiter oben. Sollten wir einen bullischen Close kriegen, müssten wir über 28k schließen. Und das glaube ich derzeit einfach nicht. Ja, mehr gibt es ansonsten bei Bitcoin nicht zu sagen. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Gerne mal eure Meinungen unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt über die kommende Woche. Bullish, bearish oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und morgen früh hören wir uns ganz normal zu einem Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.